Das ist Laika. Sie ist ungefähr vier Jahre alt, 22 cm hoch und wiegt 20 Kilo. Sie ist verträglich mit allen Hunden und kann auch in Familie mit Kindern kommen. Außer mit ganz kleinen Kindern, da sie manchmal sehr, sehr quirlig ist. Sie war ein Kettenhund und wurde an nur eine Meter Kette gehalten. Deswegen, wenn sie heute irgendwie gestresst ist durch irgendetwas, dreht sie sich in genau einem Meter im Kreis. Da es so ein abruptes Ende war, drehe ich hier jetzt die Endszene von Laikas Video und wollte nochmal sagen, dass Laika sich sehr über ein Zuhause, an einer Stadtgrenze oder auf dem Land wünschen würde, da es da nicht viele Stressfaktoren gibt. Sie freut sich darauf, wenn sie sich melden würden.